Willkommen im Triple Mit der Vielfalt von Stadt Land Fluss Wohnungen, Studios und Lofts Wo trifft Netzwerkerin Weitblicker? Im Triple, in eine der Wohnungen mit sensationellem Ausblick, mitten im dritten Bezirk Wo trifft Naturbursch Vielfliegerin? Im Triple, Wohnen, Arbeiten und Leben Mit Office, Meeting Rooms und Salon mit Bibliothek Wo trifft Energiebündel Superheld? Im Triple, am Rooftop Pool, auf den großzügig begründeten Freiflächen, den Spiel- und Sportplätzen Oder in der Party und Barbecue-Lounge Wo trifft Junggebliebene Jungspund? Am Triple Plaza mit Cafés, Restaurants und Shops Wo trifft einsamer Wolf Plaudertasche? Im Triple, in der Eventküche mit Top-Ausstattung Lassen Sie den Tag ausklingern, auf einer der großen Gemeinschaftsterrassen mit atemberaubender Aussicht Triple, Wohnen, in einer neuen Dimension Lassen Sie den Tag ausklinger NFL Mit Pysse